Wir können dies, indem wir die drei Makrosysteme, Psyche, Nervensystem und Immunsystem, gleichzeitig stärken, unterstützen und sie sozusagen reif machen für eine durchaus im Moment manchmal feindliche Umwelt. Wir können dies tun, indem wir den Wohlfühlknopf drücken, so nenne ich das immer gerne, indem wir bei Psyche, Nervensystem und Immunsystem in eine Wohlfühlsituation kommen. Und das können wir, indem wir einen Vitality Shot mit Spurenelementen zu uns nehmen, einen Turbo mit Kurkuma zum Beispiel zu uns nehmen, ein Herbal Hero mit Quercetin und wenn wir das Ganze einmal zusammenfassen, dann ist das die Recovery Box, an der wir jetzt seit langer Zeit gearbeitet haben, seit über einem Jahr und wovon wir überzeugt sind, dass sie als Nahrungsergänzungsmittel in der Lage ist, Psyche, Nervensystem und Immunsystem in eine Wohlfühlsituation zu bekommen, so dass wir uns wieder wohlfühlen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017